Mein Name ist Maximilian Werner. Ich bin hier im Autohaus Wicke Juniorverkäufer und aktuell sind wir noch auf der Suche nach einem Neuwagenverkäufer. Du hast das Verkaufen im Blut und Lust, dich weiterzuentwickeln? Dann bleib dran, denn in diesem Video erfährst du alles über unsere Benefits im Autohaus Wicke. Aktuell sind wir knapp 100 Leute hier im Unternehmen beschäftigt. Die Stimmung bei uns ist sehr familiär. Jeder kennt sich untereinander und macht definitiv Spaß, miteinander zu arbeiten. Wir machen alle zusammen Pause. Wir spielen, wenn es die Zeit zulässt, auch mal zusammen Kicker und man hat definitiv nicht das Gefühl, dass man hier einfach nur irgendeine Nummer ist. Der Job des Automobilverkäufers mit der Marke Volkswagen im Hintergrund ist mehr als sicher. Volkswagen ist einer der größten Automobilhersteller der Welt. Von daher bin ich da ganz sicher, dass auch in naher Zukunft und in den nächsten Jahren, da ist aber eine gute Perspektive für jeden Mitarbeiter im Betrieb. Wir haben im Gebrauchtwagenbereich 250 Fahrzeuge dauerhaft auf Lager. Im Neuwagenbereich sind wir nach wie vor mit 100 Lagerfahrzeugen direkt bestückt. Das heißt, unsere Kunden können auch sofort über ein neues Fahrzeug verfügen und mit weiser Voraussicht haben wir natürlich auch Fahrzeuge bestellt. Das heißt, wir ordern jetzt schon Fahrzeuge für Kunden, die sie noch nicht gekauft haben und kompensieren sozusagen damit die Lieferzeit. Dadurch, dass wir jetzt nicht nur die Marke Volkswagen vertreten, sondern können ja in der Gruppe auch unsere Kunden dann weiter vermitteln. Das heißt, die Verkäufer haben jetzt einen bunteren Blumenstrauß an Fahrzeugen, aus denen sie wählen können. Sie haben jetzt nicht nur die Marke Volkswagen, sondern wenn Sie jetzt einen Kunden haben, wo der Kunde plötzlich den Wunsch verspürt, er möchte gerne Audi oder Seat fahren oder Skoda, dann haben wir auch die Möglichkeit über die Gruppe dann auf diese Fahrzeuge zuzugreifen. Wir als Verkäufer arbeiten natürlich am meisten mit der Disposition zusammen. Das heißt, wir sind da natürlich auf eine sehr gute Kommunikation angewiesen. Falls mal irgendwelche Probleme bei der Vertragsbearbeitung vorliegen, kann man einfach ganz normal zu dem Kollegen hingehen und das zusammen unter vier Augen besprechen. Und da sind wir dann nicht beispielsweise wie bei anderen Autohäusern erstmal auf lange Wartezeiten angewiesen, sondern man kann sofort die ganzen Sachen klären. Wir haben bei uns hausintern einen Gutachter, der schaut sich immer jedes Fahrzeug an, gerade wenn es um Zahlungnahmen geht oder um Schäden oder wenn irgendwelche Servicearbeiten im Fahrzeug noch fällig sind. Damit können wir dann sofort zum Kunden gehen mit dieser Bewertung, können sofort den Zahlungennahmepreis beschaffen und sind da nicht irgendwie auf einen Termin bei der Dekra beispielsweise angewiesen und können sofort an einem Tag das Geschäft mit dem Kunden abschließen. Also das Verhältnis zum Geschäftsführer ist eigentlich immer sehr locker. Egal welches Anliegen man hat, man kann immer zu ihm hochgehen. Und bei dem Thema Vorfüllwagen bekommt natürlich in der Regel jeder Verkäufer immer einen Vorfüllwagen. Wenn jetzt lange Fahrten oder Urlaube anstehen, kann man da auch seinen Wunsch äußern, dass man vielleicht ein anderes Fahrzeug braucht. Das ist gar kein Problem und ist bei uns eigentlich relativ unproblematisch. Nun liegt es an dir. Du hast eine Leidenschaft für Fahrzeuge, Bock auf Verkaufen und willst in einem neuen Team agieren? Dann bist du bei uns genau richtig. Klick einfach auf den folgenden Link und bewerb dich bei uns. Wir freuen uns auf dich.